Bei einer neuen Folge von einem Projekt, ein Meilenstein der Videospielgesichte, was ich im Internet, also was im Internet, in unserer österreichischen Zeitung, war ein Artikel über dieses wertvolle Spiel, der Kuss-Simulator, der dich voll scharf macht. Der Realistic Kissing-Simulator wird sich vermutlich zu einem besseren Küsse lachen. Ja, das Perfekte für uns, Leute. Hey ho, let's go! Okay, Leute, das Spiel ist ein Multiplayer-Spiel, wie jedes gute Spiel ist ein Multiplayer-Spiel. Hier steht's, der Realistic Kissing-Simulator, und das Spiel muss man, glaube ich, einfach, das muss man eigentlich zu zweit spielen, und... Ich hab keinen da, nicht mal der Dominik ist da! Wenn meine Freunde nicht da wäre, wäre okay, weil die ist in Deutschland, aber der Dominik! Dominik! Okay, let's go, so A, Z und Raub und... Okay, ah, das ist cute, das ist... What the fuck is there? Hallo! Das ist aber hübsch! Invite to kiss! Erotische Musik an! Oh, okay. Would you like to kiss me? Oh, ich kann ja oder das? Was passiert, was passiert, was passiert, was passiert, no? No. Die Frage, ach, wie langsam. Oh, 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 oh. Das war die Kissing-Simulation. Nee, okay, ich mach mal ein Ja. Gib uns die Hand. So, ich hab dich wieder lieb. Oh, du bist mein Schätzchen. Oh, Leute, da ist so viel Erotik da, wie in meiner Hose. I would like to kiss. Yes, I will kiss you. Oh, komm her, komm closer. Okay, so was wir jetzt machen. Ich kenn sie. Die Tatsache, dass es eine österreichische sehr professionelle Zeitung berichtet, macht mir mehr Angst als ich mich selbst. Komm her, da. Hm, hm, hm. Oh, das ist Erotik pur. Oh, oh. What the fuck? Wo geht, okay. Wo geht meine zu hin? Komm her, du scharfes Stück. Hm, lass mich dein Kind, dein bärtiges Kind. Also, das ist schon sehr detailreich. Das ist schon sehr detailreich, muss ich sagen. Also, so, so, so küsst man in Wirklichkeit. Also, wer noch nie geküsst hat, das ist schon ein guter Trainer eigentlich dafür. Ist sehr realistisch. Komm her. Oh, ich will in die Mundhöhle. Ist, ist auch nicht so einfach. Also, das Küssen ist auch nicht so einfach. Komm her. Komm her. Oh, ja, in meine Nase. Kannst du mein Kostüm? Nee, 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 nee. Ich glaube, der Linke ist eindeutig die Frau. Die Frauen sind alles so. Ich sag's euch, Leute. Das ist nicht übertrieben. So hab ich küssen gelernt. So hab ich küssen. Hm, da oben ist noch wer. Komm her. Da oben ist noch einer. Komm. Wir gehen zum Hannes. Der kann auch gut küssen. So, jetzt, Baby. Baby, ich bin bereit. Baby. Baby, ich komme. Baby. Ah. Was Schöneres hab ich nie gesehen. Ah. Das ist wie im Film. Ah. Und all die schönen Dinge. Die enden einfach viel zu schnell. Wie im echten Leben. Das Spiel ist realitätsnah. Als GTA 5. Kann man die GTA 5 Leute küssen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt komm ich auch. Ich schlage zurück. So, jetzt bin ich da. Ah. Okay. Ah, wunderschön. Wunderschön. Also, ich könnte mir keinen schöner Regus im Kino vorstellen. Das ist genauso, wie ich mir Titanic eigentlich vorgestellt habe. So erotisch. Ah, das ist so wunderschön. Schaut sich das an. Ich kann auch meine Opeliple ablecken. Ich hatte Paprika-Tipps heute Morgen. Hatte ich wirklich? Ich bin so faszinierend, wie sich die gar nicht anschauen. Die hier. Oh ne, schau mich nicht an. Mir ist das selber unangenehm. Jetzt macht er sogar die Augen zu. Das ist erotisch. Da kann sich Titanic eine Scheibe davon abschneiden. Ey, wo geht... Das sieht aus wie zwei Regenwürmer. Lass mich deine Nase... Lass... Kann ich... Kann ich... Kann ich meine Nase auch labern oder ablecken? Ich will meine... Yeah. Oh. Kann wir tun? Kann... We can do it. Yeah. Oh no, no, no. Oh, leichte Koordinationsprobleme. Sie geht schon. Meine Nase. Und jetzt, komm her. Komm her. Oh. Jetzt habe ich meine Augen aufgelacht. Oh Gott. Das ist... Oh. Oh. Was für ein erotischer Kuss. Lass mich rein da. Ich habe Ewigkeit auf diesen Moment gewartet. Oh. Oh. Wunderschön. Oh no, 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 no. Ah, jetzt kommst du. Oh, komm her. Oh. Ähmel du. Ähmel ich. Ähmel du. Ähmel ich. Ich zeig dir, wie das geht. Hier. Kommt dein Zuckerkuss. Hier. Oh, no. Wie hat's schon keinen Bock mehr? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Oh. Es wird dir gefallen. Nein, jetzt will ich. Jetzt will ich. Komm her. Komm her. Ich bin bereit. Vielleicht ein Stück. Oh. Oh. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Oh. Ich erkenne dich erst für ein Minuten. Nein, don't give a shit. Oh. Baby. Oh. Hast du schon mal... Hast du schon was schon gesehen? Hey, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Oh, keine. Keine Frage. Ich bleibe hier bei dir. Ich bleibe hier bei dir. Ich hatte noch nie einen besseren Küsser. No, no, no. Mh. Mh. Lass mich dich abrüsseln. Oh, du geiles Stück. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, mir selber schon ganz warm. Mir selber... Deine Nase. Deine Zucke. Dein süßes Stupsnäschen. Das ist aber herrlich. Komm her. Okay, Leute. Das war's mit dem Real Kissing Simulator. Ich empfehle es jedem von euch, der wirklich noch keinen mit ihm guss hat. Damit könnt ihr lernen. Damit könnt ihr trainieren. Ich sag's euch. That's the shit. That's the shit. Ich gebe dem Spiel 5 Nippel von 5. Und... Wunder voll. Mein Leben ist complete. Ich bin selber schon ganz nass. Und ich muss mich jetzt dann da angreifen, wo die Sonne nicht scheint. Und ihr dürft nicht zuschauen. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und mich sehr freuen, wenn ihr euch irgendwie unterhalten. Das würde mich sehr supporten. Und das Video auch. Ansonsten danke ich recht herzlich dafür. Und wir sehen sich bei den nächsten Folgen. Also, bis dann. 3, 2, 1. Ciao. Ich bin ein Swagger. Swagger Baby. Kapuze. Wie alt bin ich geworden? 2? No? Gib Kuss. Jede Mutter gibt einen Kuss, Baby. Heute bist du zwei Jahre. Gib Kuss. Ich bin ein Mädchen? Ich bin ein Zeug. Chew, Baby. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Zeit mit der Mama.